Das Hotel Rides Palace liegt in Funfral in Madeira. Das Hotel Rides Palace ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 19 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,5 von 6 Sonnen. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 19 vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Hotel allgemein. Sehr gut bewertet wird der allgemeine Zustand des Hotels sowie die Sauberkeit der einzelnen Bereiche. Hierfür erhält das Hotel eine herausragende Bewertung von 6 Sonnen von 6 Sonnen. Gastronomie. Hervorragende Speisen mit genügend Auswahl und Abwechslung bietet die Küche dieses Hotels. So die Meinung der Gäste. 5,7 von 6 Sonnen werden hierfür vergeben. Sport und Unterhaltungsprogramme. Wer sich sportlich ausdoben möchte und ein gutes Unterhaltungsprogramm sucht ist in diesem Hotel bestens aufgehoben. Die Gäste vergeben stolze 5,7 von 6 Sonnen. Service. Ein hervorragender Service wird Ihnen in diesem Hotel geboten. Das zeigt die Bewertung von 5,5 von 6 Sonnen. Zimmer. Mit 5,4 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5 von 6 Sonnen vergeben. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.